Du hast deine magischen Kräfte, deine prophetische Gabe, dein Wissen über die Zukunft, deine Lebenskraft, deine Fantasie, ja und gerne auch dein künstlerisches Talent dazu benutzen, die Menschen zu befreien, die Menschen zum Bösen befreien. König Artis und Geneva, die waren ein schönes Paar, sie ritten weiße Pferde, als der Frühling in Land war. Die Meere in blauen Kleider unter seinem Zelt, die Knechte rollten die Tafel, die war das Abbild der Welt. Es lebt nichts mehr in diesem Wüstenland, keine Stimme ist zu hören. Die Meere in blauen Kleider Die Meere in blauen Kleider